Vor-Account natürlich, jetzt sind wir mal gespannt. Das ist mit einer der wichtigsten Accounts hier und hoffen wir, dass wir hier eigentlich das Gute ziehen heute. Besser wie vorher. Ich meine, es waren zwar nicht schlecht mit den neuen Helden, aber ich hätte es gern besser gehabt. Also ich habe es schon besser gesehen, Mann. Ey, gehen wir mal los. Ja, vor allen Dingen ist es ein Account, der ein bisschen mit Helden geizt hat. Medusa-Wiedergänger, ist schon mal nicht schlecht. Gleich 2FM mal, Trakax mal hatte ich. Ja, okay, es fängt schon mal besser an wie beim anderen. Schnitter, definitiv fängt er besser an. Die Ausbeute ist jetzt schon mal besser, ja. Ja, die ist jetzt schon besser wie, keine Ahnung was jetzt ist was. Medusa wieder mal, da geht es wirklich besser her. Heute ist das wahrscheinlich schon lucky. Medusa ist der zweite jetzt. Jetzt war es schon mal super, der ging mit der Stadt war schon nice, ohne Witz. Der war noch schlecht. Ja. Walla Walla, Rose, Krogno, sind so die Wunschhilder. Wenn die jetzt natürlich auch noch einen Skelektiker holt oder einen Elektriker, ne? Und dann, ne? Ja, dann... Baumklinge. Haha, Elektriker, ne? Lachwolls. Ne, ich bin nicht, ich bin nicht uverschämt. Nein. Och, ne, oder? Ach, ich darf's. Du brauchst hier oben nicht auch klicken. Du brauchst hier oben nicht auch klicken. Ah, ok. Kannst einfach verkaufen gehen. Einfach verkaufen. Ist automatisch immer den gestellend. So, der Rest ist mal drinnen, weil die Blau gibt's eh, die kommen eh wieder. So, weiter geht's. Wenn nicht, wenn nicht gehen wir hier in Karten halt. Rudol. Rudi, ist gut. Hey, Rose. Tragax, Alter, was geht hier ab, Alter, auf diesem Account, Mann, am Monacoit. Da geht ein bisschen was anderes, Alter. Alleres, der... Ich glaub, wir müssen öfters mal ein paar verkaufen. Ja, ich glaub's nochmal, ah ja, zwei wieder, Phantomkönig. Ja, den brauchen wir nicht mehr. Wir sind so debütlich. Todesritter. Nicht schlecht. Also, die Quote gefällt mir sehr gut. So kann's weitergehen. Ohne Witz, Mann. So kann's weitergehen. Sag mal, kann ich Kenny? Kann ich da keinen Platz machen? Nein. Nein. Ich's nicht mehr Platz machen. Leider nicht. Glaube ich nicht. Ach, das sind los. Weißt du was, beim nächsten Mal, kriegst du ammo auf Kaufen. Ja. Weil das ist, das ist ja ein Witz. Fünf Plätze. Wenn der jetzt kommt mit Megan mit ammo kaufen, dann machst du da direkt drauf. Grimf. Oh, nee. Dreimal der Panda, auch nicht schlecht. Habt du auch nicht gesehen. Nein, kein grüner. Das ist ein Tabu. Auch schon lange geholt. Aber wirklich, es ist ein Tabu. Das ist einer, wo ich auch noch eine Doppel-Eberhabe. Da fällt immer noch. Und wenn man dann wirklich nicht oft zieht man. Na gut, durch das, das ist nur in Ausnahmefehler, Splitter verwendet zum Skiller. Todesritter. Das ist schon das zweite Mal. Richtig drauf. 125. Weißt du wieviel ich habe? Wie viel Platz, Alter. Der Ninja. Snowzilla und Medusa auf einmal. Sanderboom langer. Was geht denn hier ab jetzt auf einmal wieder langer? Also hier habe ich definitiv den besseren Schnitt, Mann. Ja. Das ist wieder ein Schnitt langer, der mir gefällt. Langer, check this out. Ich sag doch langer. Heute ist das Tag, hab ich langer mit Glück bestückt, Alter. Geil. Langer Monakoi. So gefällt mir das langer. Grimfend noch einmal, jawohl. Ey, ich sag da was langer. Heute ist doch ein Lucky Day, habe ich dir auch gesagt, Mann. Auf dem Meis. Kürbishexe. Dreh an Tör wieder. Oh ja, Langer. Was du, gerade Rolle langer, eine Legende langer. Das ist doch schon unheimlich wieder, Langer. Ariess, Langer. Ich hab da Ariess auf dem Account getaugt. Ha! Ich hab's ja noch probiert, Langer. Evo. Da! Du, ich bin der Beste! Geil. Ich hab da gesagt, irgendwann ziehe ich dann. Ach Gott, auf dem Account, das muss normalerweise gefeiert werden heute Langer. Ohne Witz, Alter. Das muss gefeiert werden heute nochmal. Aber ich glaub, wir haben schon so viele Tausend Gern verrollt, um diesen Wichser zu kriegen, auf dem verfickten Account Langer. Ohne Kack, Mann. Ja gut, ich hab'n, ich hab'n ja, ne? Ja, aber... Aber ich überleg' mal, wie viel Gerns mir verrollt haben, fettes Scheiß-Vieze-Roller. Ey, das ist... Und jetzt grad' nur der zweite. Grad' auf dem Account. Aber es macht nix, der geht. Der geht in... Das ist noch nix. Jo. Jo. Sehr nice, Mann. Bäm. Sehr, sehr nice, nice. Aber ohne Witz, Mann. Das war super rollt, das jetzt, Alter. Und wir haben ja nicht mal die Hilfe verrollt, wir haben ja grad mal die Hilfe verrollt, Alter. Wir haben jetzt schon... Lass mal... Achtung. Ein Bombegeschäft. Text. Siedel der Hesel, der gute Vor-Account, mischt hisser. Falt weg. Abhogen. Ja. Wir sind ja nicht fertig langer. Ja. Hoffen wir mal, dass noch mehr neue Hedle kommen dazu. Sukupus. Na, die brauchen wir nicht. Na, die brauchen wir wirklich nicht. Aber die kommt immer drin vor, irgendwie, wenn ich sie sehe, bei dir. Komisch, ja. Ja, gut, die... Äh, die Sukupus ist ein von der häufig gehollten Hedle. Hast du die mal eine Doppel-E-Wolle? Das ist ja Dreck-Sau, ne? Die macht einen Wornhitter mit jedem. Das ist total krank, Alter, wenn du dafür noch das richtige Werkzeug in die Hand drückst, ey. Sagen wir so, sie ist nicht schlecht. Die ist brutal, Alter. Ja. Die Damage-Mole-Ultra-Hart, Mann. Voll Dinge mit der... Mit der M-Skill, Mann. In dem Scheiß-Festungs-Karfe. Ah, ja, Mann. Das ist ultra krass, Alter. Ohne Witz, Langer. Was die da wegräumt, Alter. Du hat wirklich Seven-Shots an der Boom. Das dritte Mal schon auf einmal kommt, Alter. Das ist schon eine Sensation heute wieder, Alter. Ohne Kack, Mann. Wo sieht man? Einmal. Aber nur Rheinisch-Shit. Aber er ist schon bei 20.000. Ach. 4 oder... 5 oder 2.000 war es? Ich habe es gar nicht geguckt, wo wir es sehen, aber ich meine, der God of War-Account war, einer von den Accounts, wo er wenigstück Games drauf war. Noch... Ach, boah, ich verzeihne. Nö. Wieder. Jupp. Was, wenn man es nicht spielt, die ganze Zeit, wäsch? Dann... Medusa wieder. Die kann ich eine Doppel-Evo-Schicke mittlerweile. Hm. Paladin. Todes Ritter. Schon wieder. Kalypse. Ach, super. Die baut man. Obwohl die nicht schlecht ist für den World-Bus. Die kann ich auch noch ausbauen. 7.100.000. Wo ich schon sehe, ich habe zwei Arbeiter, ich habe zwei Arbeiter, die Arbeit suchen. Rudolf! In Galatno war man zwischendurch immer gewesen. Ich bin fast fertig mit dem Ausbau. 5.000. 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Noch tausend? Gucken wir mal auf die, gehen wir mal drauf, wie viel, das sehen wir nicht noch, oder? Doch, das müsste man sehen. Naja, es steht dabei, wie viele noch Fehler und wie viele Ausgabe war schon, normalerweise das müsstest du beistellen, das war bis jetzt immer so. Ja, 558. Also, 850, ein Roll, sind wir bei 56. Nehme, ein Versuch mehr. Den machen wir. 1 450 brauchen wir noch. Nein, 1 150. 1 150 noch. Ja. Das war wohl mehr wie lohnenswert heute für diesen Account, Alter. Also ich muss wirklich sagen, Ladies and Gentlemen, für diesen Account hat es für mich echt gelohnt, von Mannem nach Ludwigshafen zu fahren, in die Pfalz neu, um dann diesen Typen zu holen, Alter, ohne Witzmann zu holen. Das ist so, das ist so, das ist so. Hahahaha. Häh? Du bist ja dir. Du bist so hart. Ich will jetzt noch mal mitschreiben, ich will noch mal sehen, wie viele neue Helden du hast tatsächlich wieder, auf diesem Account, wo du in der Wallaus immer verflucht hast. Wo immer verflucht war bis jetzt. Heute haben wir den Fluch geknackt, Ladies, aber so hart. So, was haben wir? Der Arias ist gut für Evo. So, der Grimfin kannst du in Doppel Evo, die Medusa, der Rudolf, Alter, den hast du jetzt viermal schon da drin. So. Und du hast die Mechanic Tussi lange und der Walla Walla. Und der Walla Walla. Was willst du denn mehr, Alter? Ah, so. Bin ich wieder bei... Ah, ne, gut, da fehlt noch was. Da fehlt die Rose und der Rock noch fehlt noch. Gut, da sind nur noch zwei Helden, ne? Ich wollte es gerade sagen. Also, wenn ich mir das so angucke, ne? Ja. Das würde ich doch auch sagen. So, dann machen wir den Oluf. Ach, ne. Machen wir den kleinen Oluf. Aaaaah. Achtung. Die A gleich. Die A gleich. Bäm. Oh, das freut mich. Da hat sich der Weg daher schon gelohnt, ohne Witz, Mann. Das hat sich wirklich gelernt. Das hat sich wirklich gelernt. Achtung. Achtung. Bei der R confused. Joisch,LP, Bobo, Boop, 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 Boop. Aaaaaah! Stimmische Talente für alle. Da kann mich kein bisschen drauf gehen. Nee! Das tut schon in die Auge schon wieder weh! Du kriegst auch einen Krebs. Jetzt gucken wir mal mal und ob wir was aus der Kiste raus holen, aber… 56.000 600 Orte, das ist so einer, da kann ich abgehen wie ein Zepfscher, das ist eine Sauerei, die sucht seinesgleichen, die Kassel ist da eben da, wo ich überhaupt nicht brauchst, ne, vor allem die kriege ich in meinem Leben, wir haben nicht zusammen, ich mache alle drei Monate mache ich eine so eine Rolle, was soll das, brauchst du mir zusammen? Ja, immer voraussetzt, man kriegt immer weniger, das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, ja Und nicht bloß einmal Rollt der wieder mit dem letzten Rollen, rollt er die Walla Walla, das ist tragisch, unfassbar Ja, unfassbar Deswegen hol ich mich her, genau deswegen hol ich mich her, weil ich das Glück hab, locker Ja, das ist wieder, macht dann nochmal wieder alle Ehre Ja, dafür dass der erste so flop war, also sowas von flop habe ich schon lange nicht mehr gerollt, ohne Witz, man, ehrlich, schon lange nicht mehr so viel scheiße, das haben wir gerollt, auf einmal kommen Aber dafür der zweite, umso mehr hat er neu gehauen, bumm, und auch noch dann, ach Gott, gerade vorher, herrlich Das ist, was bei mir Ich kann da Aries irgendwo schicken, was weiß ich, was das, was das wie der Bücher gibt Ich hab jetzt aber noch nichts drin gebärzt, ey, ohne Witz Na, diesmal Na, noch 5 Schaus 4 3 3 2 Ne, es wird nichts Hm Ja, das war jetzt nichts dabei gewesen Na gut Außer Spesen Nichts gewesen Nichts gewesen So, also Ladies, wir sind gleich auf dem nächsten Account Ich freu mich jetzt schon drauf Ich hoffe, dass ich weiterhin zu Glück hab, vor allen Dingen Weil, äh, wie schon gesagt Manche haben ein glückliches Händchen dabei, manche nicht Auch an alle anderen, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die für euch rollen Lass besser die Rolle Weil das alles andere sind unnötigste Games, die ihr einfach nur so verheizt So, und, ach, was mach ich denn jetzt Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich